Heiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel, Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, die Order of Dawn. Wir sind hier in Whisper, dem Land der Toten. Geht es los? Geht es los? Geht es los? Wieder kämpfen. Das Gebäude ist fertig. Und überall. Und ja, sie halten den Weg und bla bla. Und sind wirklich nervig. Und wie gesagt, überall. Aber wir werden hier persistent sein, unsere Stellung halten und verteidigen. Das Bauwerk ist vollendet. Hier bin ich. Wo ist der Feind? Zur Stelle. Wie ihr wünscht. Sprecht. Zum Ruhme Ahrens. Ja, da kommen sie wieder. Während ich erstmal hier schön wieder alles aufdecke. Das ist euer letzter Fehler. Was ist deine Falle? Zu allem entschlossen. Meine Zwergenwachtmänner sind wenigstens gut gelobt. Mit festem Schlecht sie nur kommen. Aber sie sollten die Reihen weiter geschlossen halten. Oh, wir kriegen Nahrung rein. Mehr davon. Los. Das ist euer letzter Fehler. Oh, er ist ein bisschen angeschlagen. Sollte allerdings hoffentlich nicht so viel ausmachen. Die Ahnen rufen uns. Lasst sie nur kommen. Ja, da kommen wieder Untote angerattet auf unsere Defets hier oben. Hier bin ich. Wo ist der Feind? Auf geht's. Eine Zone der Heilung. Marschieren los. Ja, die rennen hier. Wollen hier reinrennen. Zur Stelle. So sei es. Runenkrieger, zu mir! So, wir geben die Todesboten aber mehr... Damage. Standhalten, Männer! Auf mein Kommando. So, dann heilen wir mal. Geht es los? Marschieren los. Schicken wir euch wieder hierher. Mit festem Sprich. Reit voraus. Auf der Stelle. Fangen hier an, ein Peiswerfer zu errichten. Oh, Fernkämpfer kommen jetzt auch angewatschelt. Ja, Hauptproblem, der Feind kann auch hier hoch noch latschen. Was ist euer Begehr? Dorthin, wie ihr wünscht. Was ist euer Begehr? Es ist mir eine Ehre. So, stellen wir doch zwei Eiswerfer hier auf. Hier bin ich! Das sollte dann die gesamte Defense machen. Die Ahnen rufen uns! Ja, der Speer, der wird sterben, weil er angreift. Lasst sie nur kommen! Ruft die Wachenschwestern! Das Bauwerk ist vollendet. Kampfbereit! Mit festem Schritt voraus! So. Was ihr wollt! Auf der Stelle! Auf der Stelle! Ich bin eigentlich nicht unbedingt, dass du da rumläufst, aber auch gut. So, jetzt sollten wir mal gucken, dass wir Schützenhallen errichten. Oh! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, den kriegen wir ziemlich leicht. Meine Axt wartet schon. Da kommt wieder ein Angriff von der Richtung. Zu allem entschlossen. Auf geht's. So, da hat uns der entdeckt. Den werden wir auch gleich ausschalten. Auch wenn der eh von hier kam. Hier bin ich. Marschieren los. Gibt es Arbeit? Du hau dem mal, dass es da bleibt. Kinder spät euch nichts nützen. Nied half zur Ehre. Lasst sie nur kommen. Nur zu! Vorwärts, Zwerge! Wo ist der Feind? Die Rune ruft. So, die erste Schützenhalle ist fertig. Die zweite. Meine heilige Pflicht. Stellen wir hier auf. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ja, hier hätten wir halt noch. Aber da bauen wir die Zwergenstadt dann auf, sobald wir den Rest los geworden sind. Mehr davon! Los! Geht es los? Das ist euer letzter Fähigkeit. Schritt voraus! Und ja, mit der Nahrung, die wir jetzt haben, da wir auf 30 hoch sind, können wir noch 5 Milizen ausbilden. Machen wir 15 Milizen, 15 Windschützen erstmal. Nahrung kriegen wir ja mehr als genug rein. Naja, für Windschützen brauche ich leider alle drei Gebäude. Aber ganz ehrlich, bei dem Holz, das ich gerade habe, klaue ich mir mal kurz die Holzfäller und helfe mal bei Verteidigungen hochziehen. Wir brauchen nämlich noch ein paar Frostbringer. Das Bauwerk ist vollendet. Sprecht! Während die hier mal ihre Waffenkammern... Es ist mir eine Ehre! Was ist euer Begehr? Na komm, da errichten wir auch hier unten was von euch. Die Rune ruft? Ja? Zum Ruhme Ahrens! Was ihr wollt! Es ist mir eine Ehre! Was ihr wollt! Elenhayn... Elenhayn... Auf der Seite... Auf der Stelle! Was ist euer Begehr? Ja, und hier passt noch gut einer hin. Ja, und ich glaube, der Feind hat sich langsam auf die beiden Durchgänger eingeschossen. Zu allem entschlossen! Auf geht's! So. Da haben wir fünf neue Arbeiter, die wir dann anfangen können, Gebäude hochzuziehen noch. Die Dunklen sind hier! Was wollt ihr? Und los! Das Bauwerk ist vollendet! Also ressourcenmäßig gerade nichts, eher solche Sachen. Also hier können wir ein mittleres Haupthaus errichten. Ein paar andere hübsche Sachen, die wir brauchen werden. Ihr bin ich! Wo ist der Feind? Sprecht! Das ist nicht weit! So. Ihr könnt jetzt wieder Holz weggehen. Auch wenn wir keine Wachen eigentlich ausbringen. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Wichtig ist erstmal, dass ich hier leer kriege. Oh, da hinten kommen auch welche her. Da sollte ich da auch mal... Oh, hier ist auch noch Mondsilber. Schön, da kann ich zwei Mondsilberminen errichten. So, Bären sind gerade alle. Hm. Schmiede müsste ich zwei bereits haben. Habe ich auch. Ja, weil ich werde dann versuchen, hauptsächlich Krieger und Verteidiger auszubilden. Vielleicht ein paar Eliten. Das Gebäude ist fertig. Ihr wünscht... Im Sanktuarium arbeitet keiner. Okay. Okay. Die Elendhäine werden noch errichtet. So lange müssen wir die Büser jetzt stillhalten. Kommen aber dadurch wieder an mehr Holz und an mehr Lenie. So lange müssen wir wieder auf. Okay. Ja. Die Elendhäine werden noch errichtet. Ich werde da halt auf. Ich werde da dort und her auf. Oh, ja. Oh. 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 Schnell! Sie sind in der Stadt!